Das gemeinsame europäische Asylsystem lehnen wir ab. Die europäische Zusammenarbeit soll sich im Wesentlichen auf die Sicherung der europäischen Außengrenze konzentrieren. Asylanträge sind deshalb außerhalb Europas zu stellen. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex und die Bundeswehr müssen ihre Schlepperhilfsdienste auf dem Mittelmeer beenden und alle Flüchtlingsboote an ihre Ausgangsorte zurückbringen, anstatt die Passagiere nach Europa zu befördern. Das bedeutet, wir sollen zulassen, dass Menschen sterben. Wir sollen Menschen nicht retten, sondern Menschen sterben lassen. Und was für Menschen sind wir, wenn wir zur Wahl gehen und unser Kreuz an der rechten und falschen Ecke, nämlich hier, setzen, anstatt bei Menschlichkeit und dafür, dass jeder Mensch auf der Welt das gleiche Recht auf ein sicheres und glückliches Leben hat und nicht auf ein Leben voller Verfolgung oder wo er dank unserer Hilfe sterben muss. Also lasst uns unbedingt zur Wahl gehen und das Kreuz an der richtigen und nicht rechten Stelle setzen.